Guten Abend, ganz herzlich willkommen jetzt zu den Gewinnzahlen hier bei uns im Ersten. Am letzten Samstag die große Krönungssendung hier bei uns im Ersten. Da ist jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich erstmal Ruhe und ich finde, wir haben es hier eigentlich auch viel besser. Bei uns gibt es eigentlich jede Woche eine Krönung und wir schauen uns auch die Zahlen direkt an. Wen krönen wir heute? Zum neuen Lottomillionär oder Lottomillionärin natürlich. Und wir schauen zum Spiel 77. 7993296. Die Zahlen der Glücksspirale immer hier eingeblendet. Und wir gehen weiter zur Super 6 und da lautet die Gewinnzahl 840688. Das Schöne bei der Ziehung der Gewinnzahlen ist ja, dass Rang und Namen, Herkunft, Titel, das spielt alles keine Rolle. Alle haben dieselben Chancen. Also schauen wir uns direkt die Lottozahlen an und die lauten heute 1, 4, 12, 26 und die 28 und die 39. Und wir sind wie immer komplett, wenn wir die Superzahl auch noch haben. Und das ist heute die 1. Soweit von uns. Es geht nach der Tagesschau wieder nach Großbritannien zum ESC. Und allen Müttern morgen einen wunderschönen Muttertag. Tschüss.